Kommen Sie mal ein Stück näher, liebe Zuschauer. Wir haben nämlich ein Angebot für Sie, da können Sie nicht Nein sagen warum. Es geht um das Deutschen liebstes Kind und das ist das Auto. Kurzer Blick auf die Uhr, liebe Zuschauer. 21 Uhr und gleich 38 Minuten. Ich habe auch eine Uhr von Pearl. Ja, mit der kann ich aber leider nicht telefonieren. Warum? Weil ich hier heute eigentlich den ganzen Tag im Studio stehe und unseren Mega-Deal gar nicht bestellen kann. Der läuft uns aus dem Haus. Marcel Schenk, Ihr Moderator bei Pearl TV. Teleshopping für Männer. Ich habe sogar Musik entdeckt, zeige ich Ihnen mal. Das ist jetzt mal so ein bisschen Inside hier. Von Falco, von Matthias Reim, von Sabrina. Kennen Sie die noch aus den 80ern? Hat damals Boys, Boys, Boys gesungen. Aber willkommen vom Thema ab, liebe Zuschauer. Es geht ja hier um Shopping und Beratungsfernsehen bei Pearl TV. Freue ich mich, dass Sie auch eingeschaltet haben. Und wenn Sie sich fragen, Mensch, was erwartet mich denn heute so im kompletten Live-Programm an diesem Donnerstag bei Pearl, dann gebe ich Ihnen da sehr gerne auch mal eine kleine Übersicht. Nachdem Sie ja vorhin bereits auch mit Walter und Kai Brot gebacken haben, gibt es nachher unser Laufband. Da können Sie die Kalorien dann direkt wieder abtrainieren. Wir haben Fettburner-Kapseln. Die laufen richtig gut. Ich nehme die selber auch. Walter nimmt die auch. Also wir sind davon ganz begeistert, denn das unterstützt jede Diät. Und ab 15 Uhr können Sie sich live hier bei uns im Programm davon überzeugen. Dann ist das besonders clever, denn dann sparen Sie sich ja die Versandkostenpauschale, die ja sowieso nur einmal am Tag anfällt und bei über 150 Euro komplett entfällt. Ja, und sobald Sie 50 Euro erreicht haben an Bestellwert, können Sie noch sagen, Ich hätte gerne die Pearl-TV-Sondereditionstasse. Tolle Spielideen, die haben wir ja auch immer. Das sind die sogenannten Gadgets. Da haben wir zum Beispiel einen Gabelstapler und einen XL-Gabelstapler. Wir haben Seifenblasengewehre für Sie, liebe Zuschauer. Das macht richtig Spaß. Damit ist die nächste Party wirklich gerettet. Ja, und ansonsten darf ich Ihnen noch sagen, dass wir ab 17 Uhr in eine Uhrenstunde starten werden. Da gibt es Chronographen für Sie. Teilweise haben wir auch wieder diese poppig-modernen Silikonbanduhren. Da stehen ja Weiblein wie Männlein drauf zurzeit. Gibt es in jeder erdenklichen Farbe. Wir haben von St. Leonard und von Krell wirklich schöne Uhrenmodelle für Sie ab 17 Uhr zusammengestellt. Das sollten Sie nicht verpassen. Natürlich gibt es auch wieder einen Megadeal, ganz klar, um 19 und um 21 Uhr live hier bei uns. Und wir werden Sie hier bei Pearl-TV auch nochmal, Stichwort Navigation, auf den rechten Weg bringen. Liebe Zuschauer, das alles so als kleine Übersicht schon einmal für unser Pearl-TV-Programm. Aber wir können Ihnen direkt sagen, Sie haben nicht viel Zeit. Also sich dann erst noch lange überlegen, brauche ich, brauche ich nicht, brauchen Sie sowieso. Kauf ich, kaufe ich nicht, kaufen Sie bei dem Preis sowieso. Aber können wir Ihnen auch zu dem Preis nicht länger anbieten? Nur jetzt, nur im Sale-Out und nur, wenn Sie sofort anrufen. Also sobald Sie einen Artikel sehen, der Ihnen gefällt, ran ans Telefon oder aber www.pearl.tv, bestellen Sie da bei uns. Und achten Sie immer auch auf die aktuellen Stückzahlen, die sagen wir Ihnen, direkt verbunden mit der Regie hier auch live in der Sendung. Das ist eine Live-Produktion, liebe Zuschauer, keine Aufzeichnung. Wir sind hier kurz nach acht am Mittwochabend und deshalb sollten Sie wirklich auch, ja, den Telefonhörer immer greifbar in der Nähe haben. Ich suche auch mal, wo hier das nächste Highlight ist. Die haben so schön aufgeräumt, ne? Können Sie gleich nochmal neu machen. Ich hab's. Kurzer Uhrenvergleich, liebe Zuschauer, es ist ja jetzt knapp vor 17 Uhr. Bei Ihnen auch prima, dann ist es auch bei Ihnen jetzt allerhöchste Zeit für den Mega-Deal, wie immer live hier bei Pearl TV. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Und Sie wissen ja, beim Mega-Deal kommt es auf verschiedene Dinge an. Sie müssen schnell sein, entweder per Telefon oder online auf www.pearl.tv. Und Sie müssen wirklich staunen über den Preis. Und das tun Sie regelmäßig, das freut uns auch, denn damit sehen wir, wir liegen hier richtig. Und mit dieser Pearl TV-Tasse, da fängt auch Ihr Tag richtig gut an. Ich hab mir hier mal einen kleinen heißen Tee gemacht. Und der schmeckt natürlich aus dieser Tasse besonders gut. Warum? Weil das eben die Tasse ist von Ihrem Lieblingssender, von Ihren Lieblingsmoderatoren unterschrieben. Und während ich mich jetzt gleich um 15 Uhr aufs Laufband stellen werde, werde ich noch ein klein wenig hier Musik hören. Ich hab Ewigkeiten keinen Falco mehr gehört. Geht Ihnen vielleicht genauso? Sollten Sie mal Ihre alten Platten wieder durchstöbern. Und ja, das Buchregal, das fülle ich auch wieder. Und liebe Zuschauer, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Live-Programm wieder an diesem nasskalten, nebeligen Donnerstag hier in Bugingen, in Freiburg. Das ist perfektes Fernsehwetter. Lehnen Sie sich zurück, bleiben Sie bei uns und verbringen Sie den ganzen Tag mit Pearl TV. Jetzt auch wieder mit Walter und mit Kai. Viel Spaß.